Herzlich Willkommen zur 14. Folge Pyranodons mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich würde mal fast behaupten, ich bräuchte dann wohl oder übel noch ein paar Erzföderer. Das bleibt doch stehen. So. Na, kosten die nichts oder was? Dann nehme ich noch welche. Erzföderer hast du auch. Ist geh. Hau ab hier und reiß deine Anlage vorher ab. Stopp, 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 stopp. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich brauche noch Sachen. Was brauchst du denn? Wie heißen die Dinger denn? Stromessen, Stromessen, Mann. Ah, nee, die haben wir heute nicht. Die sind ausverkauft. Die waren zu teuer. Also echt jetzt? Doch. Ui, hier sind schon wieder 97 Munitionen drinne. Das heißt, wir haben inzwischen 300 Munitionen seit unserem letzten Kampf produziert. Das ist nichts. Wie lange ist der letzte Kampf her? 30 Folgen gefühlt. Folge 9 war das. Ja, 5 Folgen. Es legt hier einfach alles stromlos, ey. Reißt einen Mast weg. Viel Spaß. Jo. Ich will versuchen zu haben. Ach so. Du weißt nicht zufällig, wie viel Koks dann aus der Anlage rauskommen würde? Wie groß warst du denn sie aufbauen? Ja, 20,9. Also 9,9 Anlagen. 2 pro Sekunde kommt aus einer Maschine raus. 9 mal 6. Also 18 pro Sekunde. 18 pro Sekunde. Ja. Was würde unsere Dingsanlage drüben brauchen, wenn ich auf Vollgas laufen würde? Frage, nächste Frage. Ich weiß nicht, welches du jetzt mit Dingsanlage meinst. Ja, hier die... Das rote Pulverzeug da. Favoga eh irgendwas gedöhnt. 5 und 7 Sekunden mit dem aktuellen Crafting Tempo. Okay, das heißt, würde definitiv reichen. Mal gucken. Erstmal jetzt eins zu machen. So, und du baust dann jetzt die Stromanlage dann hier rüber, wo ich jetzt gerade abreiße. Ich baue erstmal die Methananlage in einer angemessenen Größe unten drunter. Und in einer angemessenen Richtung. Und dann gibt es da so ein kleines Problemchen. Alter, warum haben wir da? Lass mich raten, es fängt mit I an und mit Inventarplatz auf. Ich habe Inventarplatz gesagt und nicht Inventarplatz als zweites. Nein, es fängt mit I an und mit keinem Platz auf. Okay. Ich bin ein paar klein platzt. Boah, also die sind tausend Kohle, dann warum? Weil die Anlage dahinter nicht so schnell arbeitet anscheinend. Warum auch immer. Weil die vermutlich den Output nicht schnell genug rausgenommen und rausgepackt. Kannst du dann in der Stromanlage erstmal ein bisschen Kohle verbrennen? Potenziell vielleicht, ja. Wenn du es mir irgendwo offensichtlich hinpackst, ja? Da ist offensichtlich. Was? Ich sehe es nicht. Okay. Wo ist denn der Ping? Ist der auf der Karte? Muss man den Chat mal länger anzeigen lassen. Länger als zwei Sekunden. Na ja, nee, ich denke mal zwei Sekunden reichen. Es hat immer eine Zeit, dann braucht man vielleicht drei oder hundert. So. Endlich diese ganzen scheiß Anlagen weggerissen. Die Folge ist vorbei. Traurig aber wäre möglich, ja. Mir steht hier so eine Glasanlage im Weg. Ja, was ist weg? Möchte ich nicht, da habe ich mein Inventar voll. Das ist sowieso nur noch acht Plätze. Weil ich eine Reihe Ziegelsteine im Inventar habe. Ich habe drei Reihen von Eisenoxid im Inventar. Cool. Oh, jetzt habe ich mal Blutpfiff versetzt wegen dir. Danke. Bitte. Kein Problem. Wie weit sind wir weg von Landfill? 6, 7.000 Flaschen, würde ich jetzt mal so schätzen. So wenig? Ich glaube, so viel ist es gar nicht. Ne, ich habe mich vertan. 600, 700.000 Flaschen. 2,5.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oh doch. 7,5.000 Flaschen. Aber aus 7,5.000 Grüne. Also beziehungsweise 200.000 Grüne. Oder wie heißen die hier? Logistik. Diese komischen Dinger da halt. Ich habe den neuen Weg gefunden, wie wir uns vor Alienangriffen schützen können. Wir bauen einfach eine Mauer voller Moondrops. Kommt die nicht durch. Wie viele Verteilungspunkte haben die? Oh, nur 100, schade. Nicht genug, sagen wir es immer so. Ey, ich bin wieder da angekommen, wo ich beim letzten Mal gefühlt aufgehört habe. Holzfell. Wie kommst du dazu? Mir stehen so ein paar Bäume im Weg. Achso, also du siehst mal, es ist zwangsweise Holzfell. Mehr oder weniger. Die könnte ich vom Nächsten stehen lassen, weil sie nicht die Maschinen im Weg stehen, aber sie stehen beim Blickfeld im Weg. So ein bisschen zumindest. Okay. Oh, ich hätte Fließbänder mitnehmen sollen. Warte, ein Vollhonkel. Nicht mal Fließbänder mitnehmen. Wir denken an sowas nicht. Mensch, weißt du, was ich bauen machen darf? Bäume beim Fällen zugucken? Ja, wäre schön, wenn die alleine umfallen würden. Tun sie aber nicht. Flammenwerfer und let's go. Wobei, das Holz könnten wir noch brauchen momentan. Ja, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich habe übrigens eine neue Methode erfunden, wie wir unsere Anlage laufen lassen können, ohne dass wir Methan brauchen. Da gab es nämlich so ein tolles Prinzip, was du festgestellt hast mit dem Kohlegas. Ich fülle das einfach alles konsequent in dieses eine Teil darüber, in das Claypit. Dann fliegt das in die Luft und ist wieder weg. Dann kann meine Anlage schon weiter produzieren. Ja. Also ich war mehr von der Idee überzeugter als du anscheinend. Ja. Warum sind Sie von dieser Idee nicht überzeugt? Ich bin im Moment von meiner Idee hier nicht so ganz überzeugt. Ach, das bin ich schon seit Wochen nicht. Genauso wie ich von dieser Idee, Katzen sich zu holen nicht überzeugt war. Weil ich es aber noch nicht bin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich mach bald echt ne 30 Stunden Zeit. Ich mach bald echt ne 30 Stunden Zeit. 5 Minuten Zeit lang. Ich schaue einen Lass von Baumfällen. 20 Anlagen. Ich frage einen Plan. Wie weit ist es von Granaten weg? Ich frage einen Plan. Lange. Mal 3 sind 60. Durch 2 sind 30. Wie viel kannst du? 15. Rechst du gerade aus wie viele tolle Bänder du an der tollen Rohrkohle holen darfst? Ne, eigentlich rechne ich gerade den Output aus. Achso. An was? Kohlegas? Sehen die nicht ein bisschen zu eng an aneinander platziert? Oder ist da eine Lücke zwischen? Nö, das könnte gezwungen. Wie willst du denn aus den Anleiten, die in der Mitte das Kohlegas raus holen, wenn die nur oben und unten ein Output haben? Oh, da! Kommt! Okay, jetzt ist es vorbei. Wenn ich dann die Fertigung gerade beißen. Dass du sowas nicht bedenkst, erstmal überlegen Inputs, Outputs und aber einer Maschine das so setzt, um zu gucken, wie viel Platz die brauchen. Hattest du den Block nicht schon mal so gesetzt, den ganzen Maschinenblock und willst du wissen, was sie brauchen? Ja, aber ich war immer wieder mal, dass die gegenüberliegen, sondern überkreuzt liegen. Das ist bei meinen Anlagen so teilweise. Die liegen sich gegenüber zumindest. Ja, gegenüberliegen sich meiner auch. Ja, aber nicht von der gleichen Sache. Also bei dir liegen ja die gleichen Sachen gegenüber, weil mir liegen ja die verschiedenen beiden Outputs gegenüber. Oder Outputs und Input besser gesagt. Ich hab's gleich. Schön. Ich glaub, dass du trotzdem noch deutlich vor mir fertig bist mit dem, weil ich noch Bäume abreiße. So ungefähr drei Stunden. Muss ich auch gleich noch machen. Mein Abrissbruch sagt aber ungefähr 3000 Holz. Die ich über Zeit dann weg machen will, wenn ich meine Stromanlage setze. Mein Abrissbruch sagt, tut mir leid, dass keine Roadabdeckung. Keine Reachabdeckung oder wie auch immer man das nennen will. Keine Radarabdeckung. Reachabdeckung. Ah. Vier. Fünf. Sechs. Ich hab mich verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Noch drei. Vier. 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 Was haben wir noch so am Fließbill in der Basis? Theoretisch gesehen 500 in der Kiste. Plus irgendwas in Richtung 160 oder so momentan. So, wir brauchen... Vermutlich können wir mit den kleinen Teilen, die wir vorrätig haben, vermutlich auch mit mal so spontan 4000 Fließbill oder so herstellen. Glaube ich. Ja, ist gut. Okay. So. Du brauchst zehn Whore Coal pro Sekunde. Nein. Fünf pro Sekunde. Das heißt, drei Anlagen kann ich mit einem Fließband. Krass. Ich reiß die Anlagen nochmal weg. Ich liebe das, Jan. Du machst einfach und rechnest, nachdem die Anlage steht. Felix. Ne. Lass mich einfach in Ruhe. Ich mute mich jetzt einfach und baue ich mir Ruhe. Mann. Oh Scheiße. Ich übernehme alles. Jetzt habe ich keine Fließbande. Toll. Ich hätte noch genug Materialien, um es zu craften. Verdammt. Es gibt ja nur Handcrafting, ne? Das wäre auch kein Problem. Ich hätte meine Handtaschenmaschine da. Verdammt. Es gibt keinen Strom in deiner Ecke, ne? Ne. Ich hätte ein Solarpanel im Inventar, aber es ist dunkel. Warum hast du ein Solarpanel da im Inventar? In meinen Taschen Solarpanel. Das ist das Solarpanel, was du mir gescamt hast vor, weil du am Anfang Solarpanel ausgewählt hast und nicht das Bessere von beiden. Wenn der Weg nicht so weit wäre. Tragisch. Achso, hier. Guck mal mit da. Ich muss mal kurz gucken, was der Felix da oben braucht. Man sieht nur noch einen riesengroßen Blueprint. Er baut das, was er dreimal angekündigt hat, so ungefähr. Achso, das sind die Dingergeräte. Warte. Mhm. 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 Irgendwann haben wir Raubertatzen. Und dann geht's hier los. Dann seid ihr fertig. Na gut, wenn du das nächste Mal fragst, schlag einfach nur Robots oder sowas los als Mod. Und wenn es den nicht gibt, machen wir den selber. Ja gut, dann macht er nur Robots rein und ich mach mich dann als Dings Nanobots rein. Das ist ja auch super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja und dann brauchen Nanobots irgendeine Ressource, die du gar nicht herstellen kannst. Ja gut, das ist dann wiederum geblüht. Sowas wie zum Beispiel grüne Stalkkreise oder so. Nee, sowas brauchen wir nicht. Nee, das ist nochmal. Ja. 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 Das war's für heute. Drei, eins, zwei, drei. Ich muss sagen, wo deine Anlage jetzt hier unten weg ist, ist es echt schön viel Platz hier unten. Ja, finde ich auch. Können du und deine Anlagen jetzt immer weg bleiben, ist es hier immer schön viel Platz, oder sehe ich nicht? Ja, mal gucken. Vielleicht komme ich auch wieder. Mal gucken. Weil das Gute ist, ich bekomme von links keine Angriffe mehr rein, weil die Umweltverschmutzung da, theoretisch gesehen, wenn mein Methan halt verbraucht werden würde, nicht mehr herkommen kann. Von unten kann es auch nicht mehr kommen, dann ist halt im Endeffekt nicht mehr so viel Platz da, wo überhaupt noch Angriffe herkommen können. Und das ist dann nur noch deine Seite so ungefähr. Und da bist du eh präferiert, das Ziel. Ja, die Frage ist halt, ob das Methan, wenn wir das jetzt durch Rohre so quer durch die Gegend pumpen, ob das dann passt. Wir haben eine Pressure Pump MK1. Wo ist die denn? Bei Prifusionsenergie. Ja, ist klar. Das Ding verbraucht so viel wie so eine ganze Anlage hier. Ich glaube, das ist nicht so das, was... Oder ich denke, das ist nicht so das, was ich denke, was ich denke, was ich denke. So und denke. Das Problem ist nämlich, wenn du denkst, 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 du nicht. Weil denken kannst du nicht. hier du hast doch deine achs gerade geschärft oder die ist stumpf wie sonst was ja Vielen Dank. Zwei, drei. Das wird schwierig. Vier. Oh. Oh. Ähm. Hast du da noch zufällig ein paar Ärzte für Dora? Ja. Okay. Ja, ich muss gleich mal gucken, wie das passt. Nachdem ich Holz gefehlt habe. Ist hier über Motivation und Freude da. Ah, ich muss mir da jetzt mal Strom drüber holen. Oh. Okay. Wie viele Erzförderer hatten wir unten an so einer Anlage dran gehabt? Wie viele Erzförderer hatten wir unten? Ich glaube 8 pro Seite und es kommt volles Fließband drauf. Ich glaube aber auch 7,5 oder sowas war da schon voll. Irgendwo soll ich die Ecke, 7,8 so die Ecke. Dann brauche ich ein größeres Erzfeld. Da war schon 150 Millionen oder sowas da oben. Ja, aber das ist halt von der Breite halt nicht so wirklich viel. Und ich habe keine Sturmisten mehr. Äh, Quatsch, keine Fließbande mehr. Gut, dann würde ich sagen, hauen Sie erstmal rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.